Sehr geehrte Mitglieder des Bundesverbands der Eltern und Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit. Drogenpolitik hat gleich mehrere Aufgaben. Sie muss durch Prävention das Risiko von Abhängigkeiten und gesundheitlichen Schäden vermindern, vor allem Kinder und Jugendliche schützen und Schwerstabhängigen helfen. Doch die stark auf Repression und Kriminalisierung zielende Politik hat schlimme Folgen, gerade für die Drogengebraucherinnen und Gebraucher. In den letzten zehn Jahren hat es einen Rückgang der Zahl Drogentode gegeben. Die drogenpolitischen Veränderungen in der ersten Hälfte des Jahrzehnts haben also etwas bewirkt. Allerdings dürfen wir an dieser Stelle keinesfalls nachlassen, denn jede und jeder Drogentode ist einer zu viel. Wir brauchen bessere Behandlungs- und Betreuungsangebote für Schwerabhängige. Dazu gehört auch die Diamorphinbehandlung. Der Deutsche Bundestag hat dazu im Mai 2009 die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen. Die Diamorphinbehandlung ist aus unserer Sicht ein sehr gutes Instrument, um die soziale Integration schwerabhängiger Menschen zu ermöglichen. Die Erfahrungen in den Studien zeigen, ihre gesundheitliche und soziale Situation verbessert sich deutlich. Die auf der Grundlage des Bundestagsbeschlusses von den gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vereinbarte Richtlinie führt leider dazu, dass hohe Hürden für ein bedarfsgerechtes Angebot bei der Heroinbehandlung errichtet werden. Das führt in der Konsequenz dazu, dass die Zahl der Einrichtungen begrenzt ist, die eine Heroinvergabe anbieten. Eine bedarfsgerechte Versorgung wird mit diesem Angebot kaum möglich oder für die Städte sehr, sehr teuer. Leider hat das Bundesgesundheitsministerium diese Richtlinie nicht widersprochen. Unser Ziel ist es dennoch, ein gutes Angebot auch in der Fläche zu ermöglichen. Zuletzt hat die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg eine entsprechende Übereinkunft getroffen. Daneben sind aber noch weitere Hilfsinstrumente nötig, um die Zahl der Drogentoten zu verringern und die gesundheitliche Lage der Betroffenen zu verbessern. Dazu gehört auch ein bedarfsgerechtes Angebot von Behandlungsmöglichkeiten im Strafvollzug. Diese Angebote müssen jedoch so ausgestaltet sein, dass sie die Selbstbestimmung der betroffenen Menschen ermöglichen. Es hat sich in der Vergangenheit deutlich gezeigt, dass ein Zwang zur Abstinenz niemandem hilft, schon gar nicht den Abhängigen. Wir sehen ein ausreichendes Hilfs- und Therapieangebot auch nicht als ein humanitäres Zugeständnis an die Betroffenen. Im Gegenteil, es ist ihr gutes Recht auf eine ausreichende Gesundheitsversorgung. Doch noch immer gibt es kein bedarfsgerechtes Angebot von Therapiemöglichkeiten. Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für den Nationalen Gedenktag für Verstorbene Drogenabhängige übernommen. Ich möchte Sie bei dieser Gelegenheit ermutigen, auch Eltern mit Migrationshintergrund in ihre Arbeit einzubeziehen. Das kann in einem ersten Schritt passieren, in dem Kontakte zu Migrantenorganisationen aufgebaut werden, etwa zu Kulturvereinen, alewidischen Gemeinden und Moscheen. Wir haben in der Drogenpolitik noch einen weiten Weg zu gehen. Eine rationale Drogenpolitik sollte den Dreiklang von Prävention, Hilfe und Entkriminalisierung umsetzen. Der Bundesverband der Eltern und Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit leistet hierbei unverzichtbare Arbeit. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.